Hallo und herzlich willkommen bei Bot Sports Tech. Es freut mich vielmehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn du eine genaue Pulsmessung willst, dann brauchst du einen Brustgurt. Kennt ihr den Satz? Nein, sagt Khoros und schickt den optischen Herzfrequenzmesser Khoros Heart Rate Monitor ins Rennen und verspricht eine ebenso genaue Messung. Ob das stimmt, was das Band alles kann und wie gut tatsächlich die Messung ist, das habe ich für euch herausgefunden. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. So und für alle, die wissen wollen, was in der Verpackung alles steckt, natürlich haben wir das Band selbst. Hier war das Band oben, dann haben wir ein bisschen Papierkram, Quick Start Guide, die Verpackung selbst und das war es auch schon. So, auch wenn es nur ein Band ist, ein paar technische Daten liefere ich euch trotzdem. Also, der Sensor hat eine Länge von 42,5 mm und ist 28,4 mm breit, sowie 9,1 mm dick. Das Gewicht inklusive dem Band beträgt 19 Gramm. Gebe ich das Band runter, rein der Sensor hat 9,1 Gramm. Der Pulsmesser ist also ein richtiges Leichtgewicht und zudem wasserfest bis 3 ATM. Das Band ist wirklich angenehm zu tragen, besteht aus Nylon, Elastan und Polyesterfasern, ist also dämbar und lässt sich zudem Längen verstellen, und zwar von 18 bis 32 cm. Die Akkulaufzeit laut Koros im Aktivitätsmodus beträgt 38 Stunden und im Standby-Modus bis zu 80 Tage. Also, ich habe jetzt den Sensor 7 Stunden lang bei Workouts getragen und habe 17% Akku verloren. Das heißt, der Akkuverbrauch liegt bei 2,4% pro Stunde, was eine maximale Akkulaufzeit von 41 Stunden bedeuten würde. Also, hier betrifft der Sensor sogar die Herstellerangaben. Wenn man jetzt jemand ist, der wirklich ein hohes Trainingsvolumen in der Woche hat und 9 bis 10 Stunden trainiert, dann braucht er das Gerät nur einmal im Monat aufladen. Also, das ist schon eine sehr starke Akkulaufzeit. Wie funktioniert der Pulsmesser? So simpel wie nur möglich. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr gebt ihn rauf, positioniert ihn optimalerweise zwischen Bizeps und Schulter. Und das war es auch schon. Der Sensor erkennt, dass er getragen wird und aktiviert sich automatisch. Das war es. Das funktioniert. Ihr könnt euer Workout starten. Und wenn ihr ihn dann runtergebt, dann hört er wieder auf. Und das war es. Also, einfacher geht es in Wahrheit nicht. Wichtig ist auch zu wissen, dass er aktuell nur Herzfrequenzdaten senden, aber nicht speichern kann. Möglicherweise kommt das in einem zukünftigen Update, aber aktueller Stand ist, dass er es nicht kann. Um den Pulsmesser mit der App zu verbinden, geht man auf seine Geräte, wählt das Plus aus und sagt, per Bluetooth koppeln. Weiters unten finden wir den Herzfrequenzsensor. Jetzt brauchen wir im Prinzip nur den Finger drauf halten, damit sich dieser aktiviert. Klicken auf Weiter. Und schon erkennt ihn das Handy. Und die Kopplung ist abgeschlossen. Der große Vorteil in der App ist der, dass ich hier auch den Akkustand sehe. Wenn ich eine Uhr von KORUS verwende, sehe ich den Akkustand ebenfalls auf der Uhr. Aber auch der Sensor selbst gibt mir Hinweise, wie viel Saft doch in ihm steckt. Denn solange das LED grün leuchtet, ist die Batterie noch mehr als 5% voll. Darunter leuchtet das Licht orange. So, und jetzt eine ganz wichtige Sache. Bei meinen ersten Workouts habe ich den Pulsmesser hinaufgegeben. Ich habe angefangen zum Trainieren, hat alles wunderbar geklappt. Und auf einmal hat er sich ausgeschaltet. Während ich ihn getragen habe, während des Workouts. Ich habe nicht gewusst, warum. Ich habe ihn umgedreht, gewartet, bis er wieder erkennt, dass ich ihn trage. Er hat sich wieder aktiviert und ich habe weiter trainiert. Das Ganze ist mir zweimal passiert. Und ich habe mir gedacht, ich verstehe es nicht. Der Akku war voll, ich habe ihn eng genug getragen. Woran liegt es? Und dann bin ich draufgekommen. Mit einer Thematik musste ich mich bis jetzt nicht beschäftigen. Denn da oder da bin ich nicht detowiert. Aber da bin ich sehr wohl detowiert. Und da auch. Und das ist das große Problem. Das Sensor hat Probleme mit Tattoos. Scheinbar glaubt er nach einer gewissen Zeit, dass er nicht getragen wird und schaltet sich aus. Ich habe dann den Sensor nach hinten verschoben. Hinten bin ich nicht detowiert. Und seitdem funktioniert alles tadellos. Für alle also da draußen, die auf der Schulter oder Trizeps, Bizeps detowiert sind. Es kann zu Problemen bei der Messung kommen. Läufe mit konstanter Geschwindigkeit sind für den Chorus Herzfrequenzmesser kein Problem. Hier ist die Messung problemlos. Bei dem Beispiel hier sieht man, dass die Messung toll geklappt hat. Aber in der Mitte das angesprochene Problem mit den Tattoos. Hier hat sich der Pulsmesser einfach ausgeschaltet. Ich bin dann später draufgekommen und habe ihn wieder reaktiviert. Und dann hat alles auch wieder weiterhin toll geklappt. Den Sensor nicht am Handgelenk zu tragen, sondern am Oberarm hat den Vorteil, dass dort mehr Gewebe ist. Und der Blutfluss wesentlich besser und genauer gemessen werden kann. Und das zeigt sich auch beim Krafttraining. Die Messung funktioniert hier wirklich sehr gut. Es ist zwar nicht ganz perfekt und hier und da gibt es kleine Unterschiede zum Brustgurt. Aber speziell bei meinem letzten Beispiel sieht man, wie gut auch eine optische Pulsmessung beim Krafttraining sein kann. Man darf nicht vergessen, dass hier der Puls pausenlos rauf und runter gegangen ist und der Sensor fast alle Anstiege problemlos erkannt hat. Kann man mit dem Chorus Herzfrequenzmesser einen Brustgurt ersetzen? Ich denke, das kommt natürlich sehr auf den Anspruch an. Für mich als Hobbysportler würde ausreichen, denn für mich hat er eine Genauigkeit von 95%. Und auch der Tragekomfort spricht für sich. Also mir ist es nicht nur einmal passiert, dass ich nach dem Training nicht wusste, dass ich ihn nach oben hatte. Also so angenehm ist er zu tragen bzw. man merkt ihn einfach gar nicht. Und die Einfachheit in der Bedienung spricht auch für sich. Ich gebe ihn rauf, er schaltet sich ein. Ich gebe ihn runter, er schaltet sich aus. So einfach ist das. Also ich werde ihn in Zukunft definitiv öfters verwenden. Wim ist mir natürlich eure Meinung wichtig. Welche Art von Messung bevorzugt ihr? Seid ihr Fraktion, ich will den Brustgurt, denn der ist am genauesten? Oder verwendet ihr auch Bänder für den Oberarm mit optischer Messung? Oder sagt ihr, ich vertraue meiner Uhr, die optische Messung der Uhr reicht mir? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir unterhalten uns darüber. Ich sage wie immer, Dankeschön fürs Zusehen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich wahnsinnig freuen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.